Wir sind heute hier, weil die Familie vor zwei Tagen zu uns kam. Sie werden jetzt gerade geräumt. Wir sind natürlich dagegen, weil wie immer hat das Shopcenter die Miete gekürzt. Zwei Kinder waren ausgezogen. Die Frau ist sehr krank und sie finden keine Wohnung. Wir sind hier, um mit der Gerichtsvollzieherin heute zu sprechen, aber auch die Zwangsräumung zu blockieren. Wir sind hier, keine Wohnung. Wir wollen hier, dass wir hier haben. Wir wollen uns hier woanders, wir wollen. Wir wollen wir hier an. Wir wollen hier, eine Handlung. Wir wollen uns hier zu achıyorlar. Wir wollen hier, die Leute abm� haben wir hier. Wir wollen wir hier. Wir wollen nicht. Das ist hier. Wir wollen uns hier. durch. Bugün sizin komşunuza geldi, yarın size gelecek. Çünkü kiralar her zaman yükseliyor. Yarın bugün siz de ödeyemeyeceksiniz. Tahliye size gelecek. Onun için şimdi burada durmazsanız, yarın size gelecek, biz sizin yanınızda duracağız. Buyurun siz de buraya gelin. Bu tahliye karşı çıkın. Wir haben die Zwangsräumung verhindert heute. Das ist doch was. Drum links zwei, drei, drum links zwei, drei, wo dein Platzgenosse ist. Rein dich ein in die Arbeit der Einheitsmann, weil du auch ein Arbeiter bist.